Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Star Wars City Power Battles. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in den Ruinen angekommen und oh mein Gott, dieses Level. Dieses Level. Klar, es geht zum Ende des Spiels hin und klar, dass das ja natürlich dann anziehen muss, ne. Ist klar. Und ja, wir sind einige Male gestorben, beim letzten Mal. Also jetzt nervt mich. Bam. Bam, da. Und ja, wir versuchen uns jetzt hier weiter durchzukämpfen. Was war das denn? Okay, das war ein interessantes Item. Da hinten auch, oder was? Ne. Okay. Gut, dann haben wir jetzt hier wieder diesen Käfer-Alarm hier. Okay. So, aber das ist kein Problem, diese Dinger. Okay, liebe Leute. Dann hoffe ich mal, dass wir hier bald mal ein Leben oder einen Checkpoint oder sowas finden. Mal so langsam, aber sicher, ist das schon heftig hier. Gut, ich muss ja nicht alles mitnehmen, ne. So, warte mal da hinten. Da ist doch ein Leben. Sehr gut. Alter. Da ist Wasser, ne. Das Wasser ist ja Abgrund hier. Das ist ja irgendwie... Dann ist man ja direkt kaputt. Alter. Boah. Puh, okay. Und ist die Musik wieder weg. Gut. Hier darf man ja nicht rein in das Wasser. Das ist ja so komisch hier. Na ja, gut. Ey. Ey. Leute. Und ja, dann würde ich sagen, bahnen wir uns mal weiter unseren Weg hier. Da ist ein Checkpoint. Schon mal gut. Und oh. Was? Was sind das denn für welche? Was sind das denn für welche? Oh mein Gott. Okay. Das sind ja krasse Typen. Das sind ja krasse Leute hier. Okay. Ah, das sind... Ach. Das sind Gungans. Okay. Das sind Gungans. Alles klar. Gut. Äh, dann... Bam. Das verliere ich hier gegen Gungans, oder was? Nein. Okay. Gut. Noch mehr. Okay. Noch mehr. Hey, Gungans. Ich will euch doch gar nichts. Wie blöd müsst ihr denn sein? Ich bin doch ein Jedi-Ritter. Das sieht man doch an meinem Lichtschwert. So. Dann... Bam. Ja, toll. Ach, Leute. So. Der ist weg. So. Bam. So. Und weiter geht's hier. Weiter drauf hier. So, los. Und weiter drauf. Der lebt immer noch. Okay. Ach du Scheiße. Wieder vier Stück, ey. Wieder vier Stück. Oh mein Gott. Gungans. So. Okay. Bam. Wie soll ich denn alleine gegen so viele Leute hier stehen? Geht doch nicht. Das geht doch nicht. Na gut. Gut. Ich lasse mich mal am Checkpoint aus. Und, äh... Genau. Dann... Ach du Scheiße. Und... Bam. So. Ich habe jetzt nämlich hier meine Machtstöße. So. Genau. Ihr seid mir hier zu viele. Alter. Bisschen Abgrund. Und, 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 und. Genau. So. Zack und zack. Und zack. So. Weiter geht's hier. So. Wenn ich meine Machtstöße habe, dann geht das auch hier. Ey. Die haben irgendwelche Stromschläge oder sowas, ne? Ach man, Leute. Ja, der ist weg. Der ist auch weg hier. So. Nein, ist er noch nicht. Der ist noch nicht weg. So. Jetzt ist er weg. Die Gungens. Ja, ja. Die guten alten Gungens. Na komm. Ey. Hör auf, alles abzuwehren. Das macht doch keinen Spaß. So. Gut. Dann. Äh. So. Mach die weg. Wo ist der andere? Da war doch noch einer. Naja, egal. Äh. Ihr seid mir hier zu viele. So. Bamm. Ey. So. Dann haben wir's jetzt bald mal. Sehr schön. Oh. Ein Boss Gungen. Okay. Interessant, ey. Oha. 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 Interessant. Ähm. Alter. Ja, toll. Nein. Nein. Nicht noch mehr von euch hier. So. Jetzt wieder gegen den, ey. Alter. Alter Schwede. Nein, ich hab doch keine Macht mehr. Nein, ich geh kaputt. Verdammt. Ich geh doch kaputt hier. Ne. Alter. Boah. Mann. So. Weiter geht's hier. Ich kann das doch nicht. Alter Schwede. Wie oft? Wie lange denn noch? Alter. Alter Schwede. Ja, toll. Scheiße. Ähm. Ja, gut. Dann muss ich leider hier nochmal starten. So. Dann einfach hier durchlaufen. Kommt, ey. Es kann doch nicht so schwer sein. Ich lauf jetzt einfach hier durch. So, genau. Nehm den Checkpoint. Mache hier ein Safe Set. Und lass mich mal töten von denen. Gebt mir mal bitte volle Macht. So. Na, dann. Genau. Na, die ziehen nicht so viel ab, ne? Irgendwie. Ach, bam. Genau. Mach mich mal kaputt. Ich lauf mich jetzt von denen absichtlich töten. Weil. Hallo. Na, komm. So, jetzt mach doch mal. So. Genau. Weil ich brauche nämlich volles Leben und volle Macht für diese Passage. Definitiv. So. Gut. Dann hier. So. Jetzt habe ich hier nochmal gespeichert. Und dann. Und dann hier. Geht mir auf die Nerven. Geht mir auf die Nerven. Alter. Alter Schwede. Puh. Okay. So. Okay. Und bam. Und. Ey. Die können einfach zack, zack, zack diese Attacken machen. So. Meine Güte. Okay. Gut. Dann. Alter Schwede. Wow. Das sind ganz schön viele hier auch, ne? Aber das ist dann, glaube ich, schon der Endboss von diesem Level, ne? Das kann sein, ja? So, dann. Die wehren auch alles ab, ey. Gegen Droiden und gegen, äh. Hier, Jar Jar Binks Freunde. Gungans, ja? Gegen Droiden und Gungans. Muss ich kämpfen. Ich muss hier gegen alles kämpfen. Das ist doch nicht wahr, ey. Ich bin doch der Gute hier. So. Dann hör auf mit deinem scheiß Elektro-Ding. Mann. So. Und ihr. So. Alles klar. Oh. Da ist schon der Boss. Okay. Alles klar. Dann. Ich will dir doch gar nichts. Ich bin doch ein guter, mein Gott. Ich bin doch ein guter. Jetzt hört doch auf. Jetzt hört doch auf hier. So. So. Weiter geht's hier. So. Weiter geht's. Ey. Ey. So nicht, Freundchen. So. So nicht, Freundchen. Mann. Weiter geht's. So. So. Und weiter drauf da. Los. So. Oh. Jetzt kommt das. Ui, 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 ui. Einfach ausweichen. Ja, toll. Die kriegen da natürlich keinen Schaden, ne? Wie unfair. Die kriegen von dem Ding keinen Schaden. Ja, toll. Was ist das denn? Was ist das denn, Leute? Ich will euch wieder sterben, ne? Alter Schwede. Nicht wahr. Ja, toll. Ich bin wieder tot. Ja. Mach ich nicht. Ich habe jetzt hier ein Safe-Set gemacht. Und... Alter. Ja, ah. Okay. Ich muss den vielleicht gar nicht bekämpfen, ne? Alter, jetzt hört doch mal auf. Ihr nervt doch. So. So. Und dann, ich muss den doch bekämpfen. So. Okay, weiter geht's. Lasst mich doch mal was machen. Das kann doch nicht wahr sein, ey. So. Mein Gott. Hallo? So. Jetzt. Und jetzt auf den... Auf diesen Typen hier. Und ich muss einfach nur diesen scheiß Granaten ausweichen jetzt. Oh, genau. Diesen... Diesen Granaten. Da kann ich nicht ausweichen, ne? Pff. Da kann ich nicht ausweichen. Nein. Pff. Okay. Trifft irgendwie immer, ne? Das trifft irgendwie immer, obwohl ich gar nicht in der Reichweite von Ding war, ey. Mann. So. Jetzt hat er nichts mehr. Haha. Sehr schön. Nein. 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 Ich war so kurz davor. Verdammt. Boah. Boah. Ha. Verdammt. Verdammt, ey. Jetzt hör doch mal auf. Das ist doch keinisch. So. So. Ha. Weiter geht's. Komm her und kämpfe, ey. So. Und weiter geht's. Weiter drauf da. So. Und. Oh. Und so. Komm. Das war doch ein guter Move jetzt. Das ist doch jetzt im Moment läuft das echt gut, ey. Mach mal ein Save-Stat hier. So. Na, das trifft also doch nicht immer. Ne. Jetzt. Das sind wieder drei Stück hier, ne. So. Alter. Wow. Macht das überhaupt Schaden? Ich weiß es nicht. Minimal. Ne. Minimal, ja. Ja. Bam. 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 Ah, jetzt hat er wieder nichts mehr. Sehr schön. Bam. Und bam. Und bam. Und weiter drauf da. Los. Immer weiter drauf. Alter. So. Oh, weiter. Weiter geht's. Weiter geht's. Oh Gott. Ich bin schon wieder fast kaputt. Oh, ich hab ihn. Was? Phase 2? Oder was? Was ist jetzt los? Gott sei Dank. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Das war aber schlecht. Aber gut. Ist egal. Oh mein Gott. Oh, Cutscene. Cutscene, Alter. Oh, einfach mal so eine kleine Filmszene dazwischen durch reingeworfen bekommen. Okay. Interessant. Ja. Aha. Okay. Die Straßen von Tate, Leute. Wir sind wieder in Tate. Fliege durch Tate zum Palast. Und so viele Droiden wie möglich Platz machen. Aha. Okay. Okay. Ja, cool. Ah, was ist das denn? Das ist ja geil. Das ist ja geil. Ah, das ist so ein Minispiel hier. Cool. Aha. Cool, ey. Was ist das für ein cooles Level? So, bam. Und bam. Ja, ich treff hier halt nix, ne. Ist klar. Ich treff hier halt nix, ne. Was war ein Droidiker? Sehr schön. Sehr schön, Leute. Sehr schön. Geil. Das ist eine coole Passage hier, ja. Oh, oh. Schaut mal. Man kann auch hier hohen. Was? Was? Ich hab nicht gespeichert. Na gut. Egal. Ich glaube, wir können da doch... Ach du Scheiß. Oh, ein Continue Game. So. Ähm. Ich glaube... Ich kann doch das Level jetzt auswählen, oder? Wenn ich jetzt hier nochmal... ...2 Gun nehme. Level 7, genau. 8. Die 8, genau. Diese Straßen von Tegit, genau. Ja, ja. Richtig. Wir waren in Level 8 schon angekommen. Oh mein Gott. Okay. Haha. Also man darf... Man kann also auch nach oben und unten. Aber sollte man nicht. Ich verstehe schon. Man kann auch hier so machen, ne. Hä? Ah, hier. Okay, ja. Gut. Dann. Ah, man kann so ein bisschen so... ...den Speed rausnehmen, ne. Genau, Leute. Man kann den Speed ein bisschen rausnehmen. Und dann einfach hier weitermachen. Genau. So, ey. Krass. Krasse Passage hier, ja. So, die Straßen von Tegit, Leute. So. Uiuiuiuiuiuiuiui. Unidikas. So, gut. Alter. Weiter geht's hier. Okay. Und. Wasser. Wasserpassage. Okay. Wow. Ähm. Hier durch, ne. Genau. Oder Schwede. So. Okay. Okay. Ja, das Level, das ist jetzt hier irgendwie... Ich weiß auch nicht. Ich muss hier einfach nur durch, ne. So, wartet mal. Ja, da krieg ich nicht alle. Das ist unmöglich, Leute. So, gut. Dann. Einfach weiter hier. Wow. Und nicht hier. Am besten nicht gegen die Wand, ne. So. Genau, so. Puh, weiter geht's hier. So. Genau. So. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Okay, cool. Genau. Alter Schwede. Oh! Warum das denn? Och Mann, Leute. Och Mann. Warum das denn jetzt? Warum muss ich jetzt wieder von vorne anfangen? Na ja, gut. Egal. Gut. Dann. Oh, 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 oh. Das ist ganz schön rasant. Das ist ganz schön rasant. So. Ups. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich hab jetzt aus Versehen einen Speicherstand hier geladen. Aber gut. Egal. So, dann geht's mal weiter. Diese rasante Passage hier, ey. Oh Mann, Mann. So, dann macht die Getroidikas platt. So, Getroidikas. So, und weiter geht's. Jetzt kommt die Wasserpassage. Ich kann's ja probieren, ne? Dann geh ich tatsächlich kaputt, wenn ich die Gegend der Wand fahre, ne? Auch hier? Ja, ja, auch da. Okay, auch hier in der Mitte, ne? Ah, nee, in der Mitte nicht. Okay. Da kann ich also in die Mitte drüber. Okay. Okay, wow. Aber da würde ich kaputt gehen. Aber da würde ich kaputt gehen. So. Huh. Genau, so. Sehr schön. Dann hier rein. Dank du Heilige. So. Und dann hier einfach ein paar mitnehmen. So. Das ist irgendwie so ein Roller, ne? Der Roller, ja, ja. Gute alte Roller. Was? Was? Ich hab doch... Naja, gut. Komisch. Aber gut. Gut, Leute. Komm, da geht's mal weiter. So. Okay. Wuss. Da erschreckt man sich immer so. Oh Mann. So, gut. Dann. Na, dann. Hier. Und dann eigentlich hier. Hä? Hä? Was zur Hölle? So. Hä? Leute. Was zur? Was zur? Was zur? Was zur? Hä? Leute. Ah, ich muss wahrscheinlich hier links woher, ne? Damit das hier geht. Ja, okay. Versteh schon. Ja, gut. Ja, gut. Okay. Haben wir's jetzt? Was kommt jetzt? Ach du Scheiße. Nein! Ah, okay. Okay. Gut, alles klar. Jetzt kommt wieder hier so ein Bereich. Alles klar. Droide Cars. Noch komplett mitnehmen wir alles. Wunderbar. Hey, geil. Das war schon Level 8. Extra live. Hey, cool. Combo Award. Das war schon Level 8. Heftig. Die Palastkliffen. Aha. Okay. Ja gut, Leute. Boah, das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. Fünf Piloten bevor die Zeit... Oh mein Gott. Wir sollen hier also Kliffen hoch, ja? Ja, toll, aber... Hä? Was zur... Palastkliffen? Was zur... Ah, okay. Hier läuft also ne Zeit mit. Oh mein Gott. Ich hasse Zeit. Und warum hab ich kein volles Leben? Naja, egal. Versuchen wir's einfach mal. Ich hab eh nur noch drei Minuten in der Folge. Das sind wieder diese Roller, ne? Alter. Ah, nein. Ach, das wollte ich doch jetzt gar nicht. Ach, verdammt. Ja gut, dann sehen wir's hier aber nochmal. Genau, dann sehen wir's hier nochmal. Die Passage. Die letzte. Okay. Und ja, dann... Gut, hey, Mann. Verdammt nochmal. Ja, ja, mach jetzt, komm. Mach, komm mal grad und zack. Nein. Ja gut, dann haben wir zumindest schon mal so reingeschaut. Nein. Palast-Kliffen. Aha. Wir sollen aber hochklettern und nicht runtergehen. Oder? Oder? Wir sollen nicht hochklettern, also klettern. Ja. Aber wir sind doch schon oben quasi, oder? Hier geht's nicht weiter. Ja, okay. Gut, Alter. Alles klar, dann... Nee, wir sind oben und wir müssen irgendwie runter, kann das sein? So, da ist so ein Roller. Das sind viele solche Roller hier. Das hört sich an wie so Roller. Ich weiß auch nicht. Und bam. So. Ah? Okay. Diese Roller da, eh. Diese Erox-Roller. Oh, was? Oh, nein. Ach, verdammt. Na gut, Leute. Dann, bam. Weiter geht's hier. Oh, 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 oh. Die sollen hier irgendwie runter? Nee. So. Ähm. Diese komischen Roller, ey. Die haben's... Ach, nein. Ach, Leute. Leute, nein. Jetzt lass mich doch einfach mal... Ich weiß doch gar nicht, was ich hier machen muss. Oh, Mann. Ich hab auf jeden Fall fünf Minuten Zeit, aber... Wofür? Und... Ja, keine Ahnung. Ich geh einfach mal hier runter. Äh. Ach, bam. Weg mit dem. So, weg mit dem. Weg mit dem. Diese komischen Roller. Mann, Mann, Mann. So, ähm, gut. Dann sind wir jetzt unten angekommen, oder was? Und bam. Nein, nein. Überall nicht. Und bam. Mega Lichtschwert. Na gut, die krieg ich aber irgendwie nicht kaputt, ne? Jetzt geh doch runter. Geh doch runter, Mann. Die schubsen mich auch gerne, ne? So, ja. Aber wohin jetzt? Hab da ehrlich gesagt gerade keine Ahnung. Da stand doch Climb. Und Climb heißt doch klettern. Naja. Ey. Ey, 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 ey. Nix da. Nix da. So. Wir haben jetzt... Wir sind eigentlich voll. In der Folge. Du nervst. Und, äh, ja. Ich mach auch jetzt gleich Schluss. Und... Oh, mein Gott. Okay. So. 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 So, bam. Wir haben eine Zeitmission, ja. Eieiei, wartet mal. Wartet mal. Ist noch ein Leben. Ja, toll. Scheiße. Ja, gut, Leute. Ähm, gut. Dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal Like oder Abo da. Und dass die Glocke läuten, äh, wird mich sehr freuen. Und, ja. Dann würde ich sagen, wenn ich euch noch einen schönen Abend würde, schönen Tag. Ne? Tschö, tschö.